Familie und Karriere. Der Podcast für Eltern mit Kindern und Kinder mit Eltern. Für alle, die immer noch denken, sie könnten ja nicht wegen der Kinder. Und für alle, die denken, sie könnten ja nicht wegen der Eltern. Ja, auch die junge Generation wird hier angesprochen. Wer Veränderung will, muss sein Handeln verändern. Und bevor ihr euch gegenseitig tötet oder euren Chef, hört lieber diesen Podcast und lasst euch von Melli und Stefan inspirieren, um die beste Version eures eigenen Lebens zu leben. Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen, wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 22. Videopodcast-Folge. Das Thema heute, Wörter und Sätze, die man in einer Beziehung niemals sagen sollte. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 22. Videopodcast-Folge. Ich bin Melli. Und ich bin Stefan. Und wir sind frisch zurück aus den USA. Und wolltest du was sagen? Ja, ich wollte noch weiterreden, aber das ist super. Ey, komm, ne, dann rede. Olle, nein, alles gut. Genau, wir sind frisch zurück aus den USA. Heute geht es um das Thema Sätze, die man in einer Beziehung niemals sagen sollte. War das das Gewitter oder war das unser Sohn über uns? Das war ein Stuhl, habe ich das Gefühl. Habe ich gedacht, der ist draußen. Das war der Donner. Wir haben ein krasses Gewitter. Und genau das passiert, wenn man ganz bestimmte Dinge und Sätze zu seinem Partner, seiner Partnerin, seinem Kind, seinen Eltern, seinem Arbeitgeber oder seinem Mitarbeiter sagt. Und genau darüber sprechen wir heute. Also wir haben erstmal allgemein folgende Beziehungsstatie, die wir jetzt besprechen. Das eine ist das Thema Beziehung zwischen zwei Leuten. Ganz normal, Ehe oder Beziehung spielt keine Rolle. In beiden Sachen, also ob ihr verheiratet seid oder nicht, da gibt es keine Unterschiede. Doch, wenn man verheiratet ist, dann haben diese Sätze und diese Wörter einfach nur ein stärkeres Echo. Wenn man in einer Beziehung ist und diese Dinge sagt, dann gibt es irgendwann halt einen Break und dann ist man halt nicht mehr zusammen. In einer Ehe ist das ein bisschen blöder, weil da hängt einfach mehr dran. Wenn dann noch Kinder da sind, dann ist es noch schlimmer. Also diese Worte haben einfach innerhalb der Ehe eine noch viel heftigere Wirkung. Deswegen sind sie da noch viel weniger erlaubt als in einer Beziehung. Ich glaube dann, jetzt habe ich es gut ausgedrückt. So, zwischen Eltern und Kindern auch nicht gut. Und wir sind ja auch Familie und Karriere. Im Job ist es genauso. Gegenüber Kunden, gegenüber Geschäftspartnern, der Mitarbeitende, gegenüber dem Chef, der Chef, gegenüber den Mitarbeitenden. Diese Beziehung gehen wir jetzt alle durch. So Schatz, was würdest du denn so als erstes vorschlagen, was soll man auf gar keinen Fall in einer Beziehung sagen? Immer? Immer. Immer. Das Wort immer. Immer muss ich alles selber machen. Genau. Und immer muss ich zu den Kindern. Immer muss ich. Oh, gestern Abend erst wieder. Immer muss ich da hoch. Das habe ich aber zu mir selber gesagt. Das stimmt. Das hat sie nicht zu mir gesagt. Da hat sie mit sich selbst gesprochen, um mir so durch die Blume zu sagen, es wäre nett, wenn du auch mal gehst. Aber das Thema hatten wir schon in einem anderen Podcast. Ich rede mich nicht raus. Nur mein Hochgehen hat einfach keinen Wert. Ja, gestern so um 23.30 Uhr hatte ich dann keine Lust mehr, noch einem Kind Gute Nacht zu sagen, weil es einfach schon 23.30 Uhr war. Aber ich muss dich wirklich in Schutz nehmen. Du hast das wirklich einfach nur zu dir selber gesagt. Also das war, nochmal, das zu sich selber ist das alles erlaubt. Jetzt zum Partner wäre er, sie steht in der Tür und würde dann mir vorwerfen, immer muss ich hoch. Und dann kommt das zweite Wort, das nicht benutzt werden sollte. Nie, nie gehst du nach oben. Nie räumst du auf. Nie holst du dies. Nie holst du das. Immer muss ich mich um alles kümmern. Das sind diese absoluten Begriffe. Und absolute Begriffe in einer Beziehung haben einen ganz bösen Einfluss auf folgende Geschichte. Wenn ihr absolute Wörter wie nie, immer, jedes Mal benutzt in Verbindung mit Situationen, die gerade stressig sind, dann greift ihr nicht nur die Person, also euren Gegenüber an, sondern die Identität dieser Person greift ihr an. Denn wir trennen ja immer das Verhalten vom Menschen, die Absichten und die Dinge, die Leute tun, von dem Wert einer Person oder eines Menschen. In einer Beziehung ist das aber so, dass man nicht nur verletzt wird, sondern man greift sein Gegenüber in seiner Identität an. Denn das, was ihn ausmacht, was er oder sie für Stärken hat, vielleicht aber auch für Schwächen, das ist ja ganz tief in der Identität verankert. Und wenn ich jemandem vorwerfe, nie kommst du pünktlich, nie hilfst du mit, nie bist du da, nie kümmerst du dich um irgendetwas, dann greifen wir nicht das Verhalten der Person an, nicht nur die Person selbst an, sondern wir greifen voll in die Identität dieser Person hinein. Und das ist das Wertvollste, was ein Mensch eigentlich hat, seine eigene Identität, denn die gibt darüber Auskunft, wo steht man, wer ist man? Und das wird angegriffen. Und dann knallt es, genauso wie gerade hier bei uns. Es scheppert hier gerade richtig heftig. Nagel! Oha, ich hoffe, die Fenster sind alle zu, aber unsere Kinder sind mittlerweile groß genug. Wenn jetzt einer das Fenster offen lässt, dann könnten wir danach nach oben laufen, wenn alles überschwemmt ist und sagen, nie hörst du auf uns. Immer lässt es Fenster auf, nie machst es zu, immer läuft das Wasser rein. Und dann würde sich das Kind nicht in dieser einen Tat, ich habe Mist, ich habe jetzt einmal vergessen, das Fenster zuzumachen, angegriffen fühlen, sondern komplett in seiner Identität. Unsere Tochter, unser Sohn würde ganz vieles hinterfragen. Lieben wir das Kind noch? Ist es wirklich so schlecht? Das ist etwas, was deswegen nie passieren darf. Ja, da manifestiert sich ja etwas. Oh ja, ja, gutes Thema. Ja. Weil wenn man sagt immer, bedeutet das halt wirklich immer. Also gerade für Kinder. Oha, es hagelt sogar. Ja, und dadurch entstehen ja auch die falschen Glaubenssätze, ne? Ja, das ist das Ergebnis davon. Ja, weil das dann, es muss ja auch manchmal nur ein einziger Satz gesagt worden sein, der sich dann so ins Negative verfestigt hat, dass sich halt das Kind denkt, ja okay, das stimmt. Es ist halt... Ich bin so. Ich bin so, ja. Also ich habe nicht etwas getan, sondern ich bin so. Genau. Und es muss sogar auch tatsächlich nur ein einziges Mal vorgekommen sein und das muss so ein schlechtes Erlebnis gewesen sein, dass das schon ausreicht, dass das für halt negative Glaubenssätze sorgt. Also ist diese Folge sogar eine ganz, ganz wichtige, denn gerade bei Kindern, die sich selbst ja gar nicht dahingehend reflektieren können, kann das eine Folge haben, die Jahrzehnte in die Zukunft reicht. Und das ist halt das Gefährliche daran, wenn Eltern zu ihren Kindern diese Sätze sagen, diese Wörter benutzen. Also ihr müsst unbedingt das Wort immer und das Wort nie aus der Kommunikation und auch in Kindern echt streichen. Oder auch jedes Mal, ne? Also das ist ja auch zum Beispiel, wenn du sagst, jedes Mal. Ja, das ist wie immer. Ja. Das ist ein anderes Wort. Also wer hier jetzt denkt, oh, dann nehmt ihr von nächstes Mal, jedes Mal. Nein, auch das ist ein Absolutismus. Da gibt es kein Links-Rechts, da gibt es keine Ausnahmen, sondern jedes Mal, das ist jedes Mal. Und gerade ein Kind verinnerlicht das viel, viel stärker und viel, viel heftiger. Natürlich kann man das positiv sagen, du hast mich noch niemals enttäuscht, das ist etwas Positives. Aber ihr, glaube ich, versteht, worum es gehen soll. Niemals, jedes Mal, immer, mit Kindern, ganz üble Geschichte. Aber auch in einer Beziehung. Wenn Melli mir jetzt vorwerfen würde, nie räumst du die Küche auf. Also erstens kann sie das nicht, weil ich das immer mache. Aber wenn sie das machen würde, dann würde ich mich in meiner Identität sogar heute wieder, obwohl es ein Sonntag ist, bin heute Morgen ganz früh runter, habe die Küche aufgeräumt, habe das Frühstück gemacht. Egal welcher Teil unseres Lebens, unsere Aufgaben, die wir im Haus haben, wir beide übernehmen in allen Bereichen immer wieder auch Dinge. Und somit können wir uns das gar nicht gegenseitig vorwerfen. Also damit diese Wörter nicht entstehen, damit diese Sprüche gar nicht kommen, ist es auch schon hilfreich, gerade in einer Beziehung, wenn man einfach bestimmte Dinge regelmäßig tut. So als Beweisgrundlage, ne? Dann kann der Partner das gar nicht sagen. Also wenn der Mann oder die Frau einmal alle sechs Monate den Abwasch macht, dann macht er ihn nie. Ja. Oder, also, oder wenn der Mann oder die Frau einmal im Jahr auch die Wäsche macht und sonst immer der andere, dann ist das auch nie. So wie bei uns beiden, da mache ich ja nur die Wäsche und du eigentlich nie. Richtig. Das ist wirklich so, aber es ist okay. Unsere Kinder, die werden jetzt rangezogen, die müssen dann helfen, man zur Wäsche zusammenlegen. Genau, ich mache die Wäsche immer nur dann, wenn Melli mal auf Kur war. Das war jetzt aber zweimal in unserer Ehe, ne? Zweimal warst du auf Kur, für drei, vier Wochen. Ja, dann mache ich das, weil sie ja nicht da ist und das dann nicht macht. Unsere Kinder schleichen hier rum. Können wir euch helfen? Ja, aber dann lassen wir die Seltung da. Das ist in der Tat total... Das ist kein Hake, das mit Eis wird. Und was macht man, wenn man nass ist? Man läuft... Nein, man läuft einfach komplett durchs Haus. Perfekt. Super. Du weißt ja, was du zu tun hast. Dann darfst du das jetzt ausführen. Okay? Na... Eiswürfel, die da runterfallen. Die Küche ist jetzt auch nass, ne? Nein. Tropf, tropf. Gut, dann mach dich mal trocken. Es sind Eiswürfel. Das war vorhin nicht. Es fragelt. Okay. Hast du dein Handy hier? Nein, oben. Also, dann geh hoch und mach dich erstmal trocken. Oh. Kleiner, nasser Elefant. Stapf, stapf, stapf. Ich bin ein Herz. Ich bin ein Herz. Das macht man dann. Sich abtrocknen. Perfekt. So, weiter im Thema. Jetzt können wir weitermachen. Also, Wörter und Sätze, die man in einer Beziehung nicht sagen darf. Gut, wir haben das nie und das immer. Wie sieht es aus bei Eltern und Kindern, wenn die größer sind? Also, wir Erwachsene und unsere Eltern. Da gibt es zum Beispiel das Wort, nie zu unseren Eltern zu sagen, du hast dich nie um mich gekümmert. Du hast mir nie Liebe gegeben. Du hast dich nie für mich interessiert. Du warst nie auf meinen Veranstaltungen. Darf man dann auch nur sagen, wenn es wirklich so war. Weil ich glaube, Eltern, also sie sind jetzt wirklich einfach von vornherein nie da gewesen. Weil sie einfach gesagt haben, ich habe keinen Bock auf mein Kind. Ich bin einfach weg. Wenn man eine eher schwierigere Beziehung zu seinen Eltern hat, dann möchte ich mal ein bisschen was Provokantes reinschmeißen. Ich glaube, wenn du Eltern hast oder hattest und mit denen auch erstmal aufgewachsen bist und die nicht jetzt komplett böse waren. So mit Schlagen und mit Einsperren und mit Hast du nicht gesehen? Oder Hungern oder Sonstiges. Dann schwierige These, aber sie haben vielleicht doch irgendwie versucht, so ihr Bestes zu geben. Vielleicht hatten sie selber schlechte Eltern. Vielleicht waren sie selber einfach nicht in der Lage, das Beste hinzukriegen. Vielleicht haben sie das gar nicht bewusst gemacht, dir zu schaden oder dich schlecht zu behandeln. Sie haben vielleicht irgendwie versucht, das doch nicht so ganz zu vergeigen. Aber sie haben es einfach nicht hingekriegt. Und man irgendwann versucht, sich mit ihnen wieder zu versöhnen. Und dann sollte man diese Begriffe einfach nicht benutzen. Weil vielleicht haben sie damals versucht, euch zu lieben. Vielleicht haben sie damals versucht, irgendwie ihr Bestes zu geben. Haben es aber einfach nicht hingekriegt. Und jetzt haben sie das reflektiert. Ihr seid groß, ihr seid erwachsen. Vielleicht habt ihr schon selber Kinder und sie sind Opa und Oma. Aber die Beziehung ist halt überhaupt nicht da. Und sie wollen jetzt vielleicht zurück. Dann kann man es echt verstehen, wenn ihr ihnen keinen Weg zurückgebt, weil ihr verletzt seid. Weil ihr sagt, das brauche ich nicht. Aber wenn ihr ihnen doch irgendwann mal die Chance gebt, in ein Gespräch zurückzukommen. Vielleicht sogar auch in einen Beziehungsaufbau. Dann lasst unbedingt in Gesprächen, die dann die Vergangenheit betreffen, diese beiden Wörter weg. Weil wenn ihr sagt, du warst nie für mich da, dann kann das sehr verletzen. Und vor allen Dingen auch bei euren Eltern sofort eine Situation hervorrufen, dass sie sich danach gar nicht mehr die Mühe geben, in eine Beziehung zurückzukommen. Weil sie dann sofort aufgeben. Weil das wieder, dieses Wort, nie hast du dich um mich gekümmert, nie warst du da, nie hast du mich geliebt. Ihre Identität so stark trifft, dass sie danach auch glauben, dass sie keine Chance mehr haben. Auch jetzt nicht mehr. Und dann wird eine Beziehung auch gar nicht mehr heile. Und deswegen würde ein Nie warst du für mich da, euren Vater, eure Mutter in ihrer Identität so stark schädigen, dass sie so verletzt sind, dass sie sich selbst so große Vorwürfe machen, dass sie akzeptieren, die Beziehung zu meinem Kind wird nie wieder. Nie wieder. Und das muss nicht unbedingt sein, denn vielleicht hat euer Vater, eure Mutter damals das schon versucht. Vielleicht hat er oder sie versucht, da zu sein. Vielleicht hat er oder sie versucht, mal zu kommen, aber haben es einfach nicht geschafft. Das heißt nicht, dass sie es nicht wollten. Das heißt einfach nur, dass sie versagt haben, ja. Aber das wissen sie, glaube ich, selber schon. Man kann dann, und auch wenn es schwerfällt, ich glaube echt, dass es schwerfällt, weil man möchte gerne diesen Vorwurf einfach machen, um sich selbst ja auch zu erleichtern oder sich selbst auch mitzuteilen. Weil man selbst als Kind, das ja am eigenen Leib erfahren hat, kann man hingehen und sagen, ich hätte mir einfach gewünscht, du wärst öfter da gewesen. Ich hätte mir einfach gewünscht, du hättest mich öfter gesehen, mich öfter wahrgenommen, mich öfter geliebt, mich öfter wertgeschätzt, mich und das über diesen Weg zu machen. Weil dann ist für den Elternteil auch voll klar, ja, vergeigt. Aber die Beziehung kann weitergehen oder hat dann die Chance zu wachsen. Weil man nicht die Identität angreift, sondern das Verhalten der Person in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, dass Beziehungen überhaupt heil werden können. Und wenn ihr in so einer Situation steckt und diese Situation habt, oder die sich vielleicht irgendwann ereignen könnte, weil wir haben Freunde, die keine Beziehung zu ihren Eltern haben, oder ein Elternteil hat sich jetzt mal angenähert, weil man eben auch Kinder hat, und die sind eigentlich Oma und Opa, aber man hat sie vielleicht erst einmal gesehen, dann hat man Angst vor diesen Gesprächen. Aber dieser Tipp, der hilft auf jeden Fall, dass eine Beziehung, nee, dass eine Gesprächsgrundlage auch weit da ist und weitergehen kann. Also auch da bitte diese Wörter einfach nicht benutzen. Und wie sieht das im Beruflichen aus? Na gut, im Beruflichen ist das zum Glück nicht ganz so emotional. Das ist das Schöne. Sollte es zumindest nicht. Nee, also ich weiß, man vermischt ganz gerne, je nachdem, wie lange man in einem Arbeitsverhältnis ist oder in einem Verhältnis mit einem Geschäftspartner, einer Geschäftspartnerin ist, dann ist das Ganze irgendwo auch schon emotional, weil wenn man sich schon länger kennt und das Verhältnis gut ist, dann macht das ja irgendwo auch Spaß. Also man hat ja auch Spaß mit seinen Kollegen oder so. Aber so eine hierarchische Struktur mit Leuten, die unten sind und Leuten, die oben sind, ist am Ende immer eine rationale Geschichte. Ist einfach eine berufliche, rationale Sache. Da darf erstens der Angestellte, der unten ist, auch nicht nach oben sagen, nie und immer. Wenn man zum Beispiel sagt, nie geben Sie die Termine früh genug raus. Immer habe ich wegen Ihnen hier Stress mit den Kunden. Immer sind wir hier hinterher mit den Sachen. Nie drücken Sie genau richtig... Ständig vielleicht auch, ist das auch so einfach? Ja, ständig ist eigentlich auch, ja, ständig heißt fast wie immer, ne? Ja, aber es ist ja auch, also das ist ja ein Wort, was man vielleicht auch nicht sagen sollte. Aber wenn du dich an deinen Arbeitgeber, an deinen Boss, an deinen Geschäftspartner wenden willst, weil du etwas kritisieren möchtest, weil sich etwas verbessern muss, dann lass diese beiden Worte unbedingt weg und sag, mir würde es echt helfen, wenn sie öfter oder wenn du öfter oder früher reagieren würdest, weil dann habe ich hier weniger Situationen, die herausfordernd sind mit meinen Kunden. Also statt immer sagt man einfach weniger oder öfter und dann kann man nämlich die Situation und das Verhalten eher treffen als die Identität. Dann glaubst du, dein Chef freut sich, wenn du hinkommst und sagst, nie sind sie pünktlich mit ihren Sachen und dann haben wir hier immer Stress mit den Kunden. Dann fühlt sich der Chef nicht in seinem Verhalten angesprochen, sondern in seiner kompletten Identität. Und das Beste, was er dann machen kann, ist, der schmeißt dich einfach raus, weil der da keinen Bock drauf hat. Weil du hast ihn in seiner Identität angegriffen und hättest du gesagt, es würde super helfen, wenn wir bestimmte Dinge von ihm früher bekommen könnten, weil dann hätten wir weniger Ärger mit den Kunden oder könnten hier schneller und früher und das macht es dann viel einfacher. So, unsere Tochter möchte was? Ja, sie will die Kontrolle über ihr Handy. Der Wunsch nach Kontrolle. Ah ja. Wachsmethode. So, bitteschön. Dankeschön. Wir haben jetzt eine Stunde Ruhe. Wunsch nach Anerkennung. Vier Kinder oder 40 Mitarbeiter, ständig kommt irgendjemand, der was möchte. Genau, ständig. Ich habe gesagt, ständig, nicht immer. Gut, also zurück zum Thema Arbeitgeber-Angestelltenverhältnis. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendeiner macht da immer was, dann kurz überlegen, ist das wirklich immer so? Und selbst wenn es so wäre, und das ist jetzt die Herausforderung für euch oder auch für uns jeden Tag, selbst wenn es so wäre, selbst wenn euer Chef immer zu spät kommt, die Sachen immer zu spät abgibt, dann versucht es umzuwandeln und es anders zu formulieren, damit ihr euren Chef in seiner Identität nicht angreift. Das sagte ich schon. Denn dann verliert ihr die Menschen. Wobei, ich meine, der Chef, der kann das ja auch machen, oder? Nee, er ist ja der Chef. Das ist nicht gerade der sich selber. Wir können alle alles machen. Steht schon in der Bibel, Paulus sagte, ihr könnt alles machen, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch. So viel Spaß, dann kannst du gegen Gesetze verstoßen, kannst du machen, ist aber nicht gut für dich. Dann kannst du Menschen schlecht behandeln, ist aber nicht gut für dich. Der Chef kann alles machen, er kann immer die Sachen zu spät abgeben, kann sich nie um seine Mitarbeiter kümmern, aber er wird ja für einen Preis ja bezahlen. Außerdem nur, weil jemand anderes etwas tut, müsst ihr das nicht auch, oder müssen wir das ja nicht auch machen. Deshalb hier einfach der Tipp in der Kommunikation, gerade im Geschäftsleben, wenn ihr das Gefühl habt, jemand macht immer etwas auf die gleiche Art und Weise falsch, dann geht nicht hin und sagt, immer machst du es falsch, sondern geht einfach hin, schau mal, wenn du das so und so machen würdest, würde mir das da und da helfen, das wäre viel besser. Schon habt ihr ihn in seinem Verhalten korrigiert, oder die Kritik an das Verhalten der Person gerichtet, und nicht an die Identität. Weil auch Chefs, das dürft ihr nicht vergessen, Chefs sind aus einem ganz bestimmten Grund Chef. Die haben irgendwann die Entscheidung getroffen, viel mehr Verantwortung zu übernehmen als ihr. Deswegen sind sie Chef. Ihr könnt ja das auch machen. Du kannst einfach deinen Job hinschmeißen, gründest eine eigene Firma. Dann übernimmst du viel mehr Verantwortung, weil du dann selbstständig bist. Da ist niemand, der irgendwas für dich macht. Du musst es alles selber machen. Dein Chef ist so einer. Der hat irgendwann die Entscheidung getroffen, mehr Verantwortung zu übernehmen als du. Er ist viel mehr Risiko eingegangen als du, und deswegen kann er halt bestimmte Dinge auch einfach machen. Ja, das stimmt. Das ist Angestelltenverhältnis, das ist Hierarchie. Das können wir doof oder gut finden. Das spielt keine Rolle. Am Ende hat er viel mehr Risiko zu tragen. Er war aber auch viel mehr bereit zu opfern. Und deswegen kann er eigentlich machen, was er will. Das ist zwar nicht richtig, das ist auch nicht hilfreich, aber theoretisch ja, kann er das machen. Sondern wenn ihr merkt, das Verhalten von ihm oder ihr ist einfach nicht zuträglich fürs Geschäft oder könnte noch besser sein, dann geht hin und klatscht nicht die Worte immer und nie, sondern halt einfach immer aufs Verhalten. Und dann müsst ihr diese beiden Worte einfach weglassen, dann ist es einfacher. Mir fällt auch noch ein Wort ein. Hau rein. Alles. Alles. Alles muss ich machen. Alles. Ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass euer Partner, eure Partnerin überfordert ist. Überarbeitet, überlastet, gestresst, genervt oder was auch immer es ist, wenn das Wort alles fällt. Das ist so dieses erste innere Auskotzen, was kommt. Ich sage, alles muss ich selber machen. Also alles muss ich alleine machen. Für alles bin ich nur fahrzeug. Alles bleibt auf mir hängen. Heißt einfach nur, oh, hier läuft gerade komplett was schief. Nicht unbedingt im Verhalten des anderen, sondern auch in der Wahrnehmung der Person, die das gerade ausdrückt. Also wenn jemand sagt, alles bleibt an mir hängen, alles muss ich selber machen, ist das eine Stresssituation, in der die Person gerade ist, weil sie sich nicht mehr wirklich zu helfen weiß. Sie weiß vielleicht auch gar nicht, wie soll ich meinen Partner, meine Partnerin jetzt ansprechen darauf. Und weil sie gar nicht mehr oder er gar nicht mehr reflektiert genug ist, wird es einfach rausgehauen. Alles, ja, alles ist. Ja, und ich glaube auch, wenn du ja auch schon oft genug, vielleicht deinem Partner auf gewisse Dinge hingewiesen hast und der es immer noch nicht checkt. Ja. Ich glaube, dann, ne, dann überkommt es ja auch einen. Dann sagt man ja auch immer, alles muss ich. Weil man auch denkt, ey, sieht der das nicht? Kann der da nicht auch mal von sich aus, ne, drüber nachdenken oder auch von sich aus agieren? So, das wünscht man sich ja auch von seinem Partner. Dass man ja auch einen Blick für sein Gegenüber hat. Ey, total. Wir müssen da voll Frauen und Männer differenzieren tatsächlich. Ja. Weil wir hier auch in, und ich weiß, das wollen Frauen immer überhaupt nicht gerne hören. Du bist reflektiert, du weißt das auch alles. Aber die Herausforderung ist wirklich für die meisten Frauen, dass die Männer, und ich sage die Männer, weil ich habe mich über die letzten Jahre wirklich hart trainiert, möglichst viel zu sehen. Das klappt bei mir auch noch nicht immer, aber wir Männer müssen uns wirklich dazu entscheiden, ganz bewusst unserer Frau zuzuhören, hinzuhören und es dann auch zu praktizieren. Weil wir neigen halt wirklich dazu, Dinge einfach nicht zu sehen, weil sie für uns nicht relevant sind. Ja, das ist so, ja, ihr habt ihr diese Schubladendenken, oder? Ja, wir haben, genau. Ihr habt das Schubladendenken, und ihr habt das dann in die Schublade reingelegt, zugeschoben, und dann bleibt es erstmal drin. Ja. Und dann wird halt erstmal eine andere aufgemacht, wieder eine andere, und irgendwann kommst du wieder zu dir, und dann wird es geöffnet, und dann ist es dir wieder präsent. Richtig. Bei uns Frauen, wir machen den Kleiderschrank raus, blub, blub, das fällt alles raus, und dann haben wir den Salat. Ihr Männer auch. Genau, jeder hat so seinen Salat, aber beide Techniken sind erlernbar. Ja. Frauen können Schubladendenken lernen, indem sie das trainieren und sich aneignen, und Männer können auch den Kleiderschrank lernen. Mhm. Wenn ich die Treppe runterkomme, sehe ich jeden Fleck. Ich sehe die Dinge, die rumliegen, ich sehe, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ich sehe, dass was kaputt ist, weil ich mich darauf aber auch konditioniert habe. Weil ich wusste, wenn ich mit meiner Frau eine glückliche Ehe leben, und leben und erleben möchte, zwischen Leben und erleben ist immer noch ein großer Unterschied, weil... Vielleicht lebst du ja eine glückliche Ehe. Vielleicht lebe ich eine glückliche Ehe, meine Frau aber nicht. So, und deshalb habe ich mir von Anfang an gesagt, ich bin sofort bereit, mich zu verändern. Ich bin sofort bereit, mich in dieses Gemeinsame, in diesen gemeinsamen Weg zu packen. Und all diese Dinge, die meine Frau mir nicht vorwirft, weil die wirft das erst vor, wenn es schon zu spät ist. Also wenn man zusammenkommt in eine Beziehung, dann lernt man sich gegenseitig kennen. Man lernt auch, worauf achtet der andere und worauf achtet die andere. Und jetzt könnt ihr das von Anfang an einfach ignorieren oder ihr sagt, oh, das ist interessant, das darf ich nicht machen. Oder das darf ich nicht, ist falsch, sondern das sollte ich eher nicht machen. Nehmen wir mal das klassische Beispiel mit den Socken. Das ist jetzt bei uns nicht so das Problem, aber wenn jetzt Melli immer sauer wäre, weil ich meine Socken überall rumliegen lasse, was ich nicht tue, weil ich die wegräume, aber warum räume ich die weg? Ich räume sie ja nicht weg, damit sie mich nicht anmault. Das heißt, es ist ja kein Schutzmechanismus, dass ich die Socken wegräume, sondern bei mir ist es eine, ich liebe meine Frau und ich respektiere sie, weil ich weiß, es würde sie stören, würde ich sie liegen lassen. Und weil ich sie liebe, räume ich sie schon vorher weg. So, das ist also eine Angewohnheit, die, weil eine Beziehung funktionieren soll, weil ich möchte, dass unsere Beziehung gut ist und dass unsere Ehe gut ist, kommt es erst gar nicht dazu, dass ich sie überall liegen lasse. Immer überall. Dass man einmal irgendwo was liegen lässt, ja. Aber da kann ich jeden Tag mit der Kamera durchs Haus gehen und finde genug Sachen, die von Melli sind, die irgendwo liegen. Und genauso auch von mir. Nur wir haben ein System und ich packe meine Sachen halt in meinen Kleiderschrank und die Wäsche kommt sofort in den Wäschekorb. Und das hat man sich aber irgendwann gelernt. So, manche Männer wollen es einfach wahrscheinlich nicht lernen wollen oder möchten sich einfach nicht konditionieren. Aber ich tue das nicht, damit ich keinen Ärger bekomme, sondern ich tue das, weil ich weiß, dass es für Melli wichtig ist und weil ich sie liebe, tue ich das. Und irgendwann wird es zu einer eigenen Gewohnheit und alles andere kommt genauso dazu. Und dann passiert das alles gar nicht. Das kann dann gar nicht passieren. Also, wenn ihr Männer sagt, ich sehe die Dinge einfach nicht und ich kriege ständig irgendwie einen von meiner Frau auf den Deckel, dann hat das einen Grund. Das bedeutet, mit deinem Verhalten respektierst du ihre Bedürfnisse nicht. Das ist schon alles. Wenn du jetzt denkst, das sind ja aber nur Socken, das ist ja aber nur Klamotte, das ist ja aber nur... Nein, das ist nicht aber nur. Du wirst auch deine Dinge haben und wenn sie da immer reingrätscht, dann fühlst du dich auch angegriffen. Ich habe jetzt zum Glück, ich bin jetzt kein... Was heißt zum Glück? Die Männer, die zocken nicht. Die mit ihren Kumpels online... Jerry macht das ja auch. Wenn der jetzt zockt, aber ich alle zehn Minuten in sein Zimmer komme und ihn irgendwas frage und irgendwas von ihm will, dann ist der irgendwann, rastet der aus. Weil ich seine Zeit, die er da gerade mit seinen Jungs verbringt und im Game verbringt, nicht respektiere. Und das hat ja auch wieder was mit Kommunikation zu tun. Ja, mit immer. Immer störst du mich beim Zocken. Das ist dann die Wahrnehmung auch. Aber vielleicht hast du einfach auch mit deinem Partner, deiner Partnerin, das nicht vernünftig kommuniziert. Vielleicht ist es auch so, dass du halt wirklich viel zockst und alles andere bleibt aber auch liegen. Würdest du aber alles andere machen und dich um deine Partnerin kümmern und sie fühlt sich geliebt und sie ist in einer gesunden Beziehung, dann wäre es für sie eine Freude, dich stundenlang in Ruhe zu lassen beim Zocken. Weil sie dich dann respektiert und dir diese Zeit auch einräumt und da auch Bock drauf hat. Und da steckt so ganz, ganz, ganz viel drin. Und wenn dieses Alles kommt, egal von welcher Seite, dann wisst ihr gleich schon, oh, 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 hier ist, oha. Jetzt müssen wir reden. Ja gut, alles. Also sagt niemals zu eurem Partner, alles musst du alleine machen. Außerdem müsst ihr wirklich alles alleine machen, aber dann müsst ihr mal reden. Tiki leg dich wieder hin, du bist im Bild. Ja, ein fünftes Kind. Hältst deinen Schwanz in die Kamera. Das hört sich ganz falsch an. Sie will auch mit aufs Video. Nein. Na, komm. Ja gut, dann ist jetzt halt unsere Katze mit im Film. Was willst du machen? Ich kann sie schubsen. Sie ist halt wichtig. Nee, wir schubsen sie nicht. Sie will ja auch immer dabei sein. Gut, im Job ist ja auch klar, immer muss ich alles machen. Ich bin ja nicht derjenige, die den Müll rausbrückt. Alles bleibt liegen. Es gibt auf jeden Fall noch mehr Schlüsselwörter, die man eigentlich nicht sagen sollte. Ja, ich habe noch eins. Ja? Welches? Fett. Fett ist, Fett darf man nicht sagen. Das ist nicht nett. Nein. Du bist zu fett. Ja. Was haben wir gestern im Potzpark gelesen? Menschen, die aufgrund ihrer körperlichen Situation ungeeignet, nee, was stand da? Menschen, die aufgrund ihrer... Körperlichen Verfassung. Körperlichen Verfassung oder körperlichen Befindlichkeiten nicht in der Lage sind... In den Sitz zu passen. In den Sitz zu passen oder... Die sind halt... Sicher im Sitz... Aber es wurde... War sehr nett umschrieben. Nett umschrieben. Genau. Unsere Kinder haben nämlich dann gefragt, was bedeutet dieser Satz? Ich glaube, Salih hat gesagt, die meinen doch einfach nur, wenn man zu fett ist, oder? Ich. Ja, also... Ja, genau. Aber das war dann nicht beleidigend. Ja, es war einfach nur Menschen, die halt aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht in der Lage sind, in diesem Sitz einen sicheren Halt zu finden. Ja. Ob sie jetzt körperlich beeinträchtigt sind, ja, oder ob sie übergewichtig sind, spielt keine Rolle. Passt man nicht rein, kann man keinen Halt darin finden, dann dürfen die Menschen halt nicht auf so ein Fahrgeschäft, das ist ja auch irgendwo verständlich. Man kann sich auch netter ausdrücken, ja. Ja. Also gerade, wenn man in der eigenen Familie Menschen hat, die an sehr starkem Übergewicht leiden, aus welchen Gründen auch immer, dann ist da nicht nur Fingerspitzengefühl erforderlich, dann gibt es genügend Wege, damit richtig umzugehen und fair umzugehen und vernünftig und nett das Ganze zu machen, aber, ja, das Wort sollte man einfach auch nicht benutzen. Könnte Melli ja auch zu mir sagen, du bist zu fett. Nein, zu fett würde ich nicht sagen. Irgendwann würde ich mich einfach gekränkt fühlen, glaube ich. Sie macht das immer ganz nett, sie zeigt mir immer Bilder und sagt, guck mal, das wäre voll cool, oder? Sieht auch voll gut aus. Das ist dann halt auch, das ist nett statt fett. Das finde ich gut. Ich liebe dich, so wie du bist. Aber, da wären wir beim vierten Wort. Wir haben unseren Kindern schon vor Jahren beigebracht, dass aber ein böses Wort ist. Denn aber ist ein Widerspruchswort. Aber ist was sehr Psychologisches, wenn man mit einer Person spricht und sagt, du bist wunderschön, dieses Kleid, was du gerade anhast, das ist echt toll. Aber, danach kommt eigentlich immer etwas, was alles, was du vorher gesagt hast, komplett vernichtet. Aber ist echt ein böses Wort. Aber ist ein Widerspruch. Mit aber sagt man, toll, dass du mir gerade was erzählt hast, interessiert mich aber nicht. Jetzt kommt meine Sicht der Dinge. Ja, und du gehst auch in den Widerstand, wenn du das Wort aber benutzt. Ja. Es ist nie ein Miteinander, es ist immer ein Gegeneinander. Es ist keine Argumentation, es ist eine Diskussion. Melli und ich haben uns schon vor Jahren dazu entschieden, nie zu diskutieren, weil Diskussionen machen keinen Sinn. Argumentationen machen Sinn. Die machen auch Spaß. Aber ist meist eine emotionale Reaktion, die dazu führt, dass, wie du sagst es gerade, ein Widerstand da ist. Und kein Mensch auf dieser Welt hört gerne ein Aber. Guck mal, ihr macht irgendwas, geht zum Chef und sagt, ey, wie findest du das? Der Chef sagt, hast du ganz gut gemacht, aber in dem Moment, wo das Aber kommt, ist dir, ich hab's... Eigentlich hab ich es nicht gut gemacht. Ich hab's halt doch nicht gut gemacht, weil da kommt jetzt wieder was. Würde er jetzt sagen, genial, wie du das gelöst hast. Und wenn du jetzt noch, dann fühlst du dich ganz anders, denn du fühlst dich abgeholt. Du merkst plötzlich, und wenn du jetzt noch das und das machst, dann ist richtig geil. Dann ist es richtig gut. Dann bist du motiviert und nicht kaputt gemacht worden. Nicht demotiviert. Dann ist es kein Widerstand, sondern er zieht dich noch weiter. Und immer wenn er statt dem Wort Aber sagt und dann weitermacht, dann ist das wunderbar. Streicht Aber aus eurem Wortschatz. Umschreibt dieses Wort. Also jedes Mal, wenn du Aber sagen würdest, dann überleg dir vorher, welches Wort könnte ich stattdessen nehmen. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite zeigt nur eine neue Sichtweise auf die Geschichte, einen neuen Blick auf die Geschichte. Wenn du zum Beispiel sagst, das hast du super gebaut, auf der anderen Seite könntest du, wenn du das so, so, so machst, noch besser machen oder anders machen, dann gibst du einfach nur eine zweite Ansicht frei. Und blockierst nicht diese erste Ansicht. Immer wenn du sagst, aber ist das alles, was da ist, kaputt. Und wenn du sagst auf der anderen Seite, dann lässt du das stehen, wie es steht und gibst dem Menschen einen neuen Blickwinkel auf die, also eine neue Blickrichtung auf die gleiche Geschichte, nur ergänzt das Ganze nochmal und nimmst das ein bisschen weg vom Versagen. Immer wenn einer sagt, aber ist halt was nicht gut gelaufen, weil man widerspricht, Widerspruchswort. Super hilfreich. Verändert nicht nur die Kommunikation, sondern auch wunderbar Beziehungen. Das machen wir mit unseren Kindern seit Jahren, wenn die mit irgendwas kommen, was nicht so gut gelaufen ist, dann sagen wir nicht aber, sondern wir sagen immer, und wenn du das noch oder auf der anderen Seite, könntest du hier und dort und geben immer wieder eine neue Chance, die Sache von der anderen Seite zu betrachten. Das ist zum Beispiel in der Architektur super wichtig, im Bauwesen super wichtig, im ganzen kreativen Schaffensprozess, in dem ich ja auch beruflich stecke, wenn es um Videomarketing und sowas geht. wenn ich mit Danilo unterwegs bin und Danilo macht irgendwas und ich sage aber, na der, dann ist der nicht motiviert. Wie findest du das? Und ich sage, finde ich richtig gut und wenn wir jetzt noch das und das machen, dann ist das Hammer. Und das macht er bei mir auch. Und das hilft unglaublich in der Zusammenarbeit, weil ich bin da nicht demotiviert, sondern ich kann das Ganze stehen lassen und kann trotzdem auch stolz drauf sein und kriege durch ihn nochmal einen Blick auf einen anderen Bereich und kann das dadurch nochmal ergänzen und noch besser machen. Ich werde dadurch gefördert. Wenn man das Wort aber weglässt und es durch und oder durch jedoch oder auf der anderen Seite ersetzt, fördern wir die Menschen, nochmal voranzukommen, es noch besser zu machen. Vielleicht sogar mit Abstand das wichtigste Wort, das ihr weglassen müsst, ist aber. Nehmen wir wieder das Beispiel mit den Eltern. Nie warst du für mich da. Fehler von dir. Und der Vater sagt aber. Aber da war ich. Aber da war ich da. Und dann seid ihr wo? Nicht in einer Argumentation oder in einer Gesprächssituation, die euch voranbringt, sondern ihr seid in einer Diskussion und habt Widerstände aufgebaut und dann knallt es wieder. Jeder besteht auf seinen Standpunkt und dann kommen wir nicht weiter. Und das ist genauso wie immer lässt du alles liegen, aber da habe ich es weggeräumt. Aber das stimmt gar nicht. Du lässt auch immer alles liegen, aber ich hatte gar keine Zeit. Immer nur Klopperei. Gut, also immer, nie, alles, aber. Was gibt es noch? Ach ja, fett. Fünf Wörter. Fünf Wörter, die man in der Kommunikation einfach nie benutzen sollte. Aber ihr könnt ja mal sagen, welche Wörter man am besten nicht benutzen sollte. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welche Wörter da noch zugehören. Wir haben jetzt hier mal die Top 5 aufgezählt. Welche Wörter fallen euch noch ein, die man nicht benutzen sollte? Genau. Nie benutzen sollte. Ist übrigens auch sehr herausfordernd, ein Aber sich wegzutrainieren. Ja, aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Das war jetzt kein Widerspruchs-Aber, sondern ein Bestätigungs-Aber. Hammermäßig. Wenn ihr Kinder habt und eure Kinder Aber sagen, trainiert ihnen das ab. Vor allen Dingen haben wir das bei unseren Kindern gemacht und wenn dann mal ein Aber gefallen ist, dann haben sie von sich aus gesagt, Aber ist ein böses Wort. Und dann sitzen eure Kinder am Tisch und überlegen, verdammt, wie kann ich das jetzt anders? Weil sie möchten etwas loswerden. Sie möchten ihre eigene Situation, ihre eigene Sicht auf die Dinge jetzt präsentieren. Sie dürfen aber kein Aber sagen. Dann fangen sie an, auch rhetorisch besser zu werden, weil sie dann Umwege suchen und versuchen das Ganze, wie wir es gerade auch erklärt haben, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das fordert eure Kinder auf eine echt gute Art und Weise heraus, sogar auch besser zu werden einfach in diesem Thema. Und sie lernen es natürlich auch dann für später. Die widersprechen dann halt nicht mit dem Wort Aber, sondern lösen Konflikte, statt immer wieder da neue Hindernisse zu schaffen. Aber ist mein liebstes Feindwort. Abschließend will ich einfach nur noch mal sagen, trennt immer das Verhalten vom Menschen und vor allen Dingen im Sprachgebrauch greift nie die Identität einer Person an. Und das tut er durch absolute Begriffe oder durch absolute Aussagen. Könnt ihr so viel kaputt machen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn wir eine Scheibe kaputt machen, geht die kaputt. Das sieht man dann auch. Bei Menschen sieht man es leider nicht. Das ist wie Mobbing. Bei Mobbing ist es auch, du bist hässlich, ist ein Angriff auf die Identität einer Person. Weil Menschen fühlen sich dann irgendwann nicht mehr gebraucht. Sie fühlen sich nicht mehr wichtig, sie fühlen sich nutzlos oder sie fühlen sich wertlos dann. Genau. Weil die Identität zerstört ist. Die Identität, die wir haben, die gibt uns einen Wert. Und wenn man die kaputt macht, dann verlieren wir unseren Wert. Und wenn wir keinen Wert mehr haben, dann gibt es für uns keinen Grund mehr zu sein. Also seid da ganz vorsichtig. Und je früher ihr das euren Kindern beibringt oder generell auch jungen Menschen, desto weniger passiert in diese Richtung. Das wollte ich noch ganz zum Schluss einmal sagen. Das ist nochmal ein emotionales Thema. Aber wichtig, alles fängt hier mit unserem Mund an, was wir da rauslassen, das baut auf oder zerstört. Ah ja, ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, also nicht nur, wenn ihr noch Wörter kennt, die man nicht benutzen sollte, sondern auch Fragen habt im richtigen Umgang damit oder vielleicht noch irgendwas fehlt, was wir jetzt vergessen haben, schreibt es bitte in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail an info at familienkarriere.com. Schreibt uns bitte, kommentiert. Wir freuen uns, von euch zu hören, von euch zu lesen und freuen uns bis zur nächsten Video-Podcast-Folge, die ist dann nächste Woche Montag. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Video-Podcast-Folge. Euer Stefan. Eure Melli. Das war die 22. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unterm YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge sprechen wir über unseren Amerika-Aufenthalt, wie es für uns als Eltern war, unsere Kinder so lange allein zu lassen, wie wir mit dem Thema Jetlag und der Esskultur der Amerikaner zurechtgekommen sind oder auch nicht und was wir alles gelernt haben. Und wer nicht so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.